Der Wirtschaftsminister ist dafür zuständig, dass es den Betrieber an ihrer Mahdabestag gut geht. Wir helfen Jungen, die eine gute Idee haben, für ihre Unternehmen zu gründen. Wir helfen Betrieber, sich zu digitalisieren. Wir unterstützen Strukturen, die Satelliten an den Weltraum schießen. Wir helfen dem Handwerk an der Industrie, wie innovativ zu sein. Wir begleiten Betrieber an eine unmittelbar und umweltfreundliche Wirtschaft. Dazu nehmen wir ein paar Beispiele. Für diese vielen Aufgaben gerecht zu gehen, müssen wir immer noch einmal darstellen. Das können Ökonomisten, Juristen, Ingenieuren oder sonst Leute sein, die sich um mehr administrative budgetäre Aufgaben am Ministerium bekümmen. Die haben den Unis-Diplom in der Premier- oder in einer Schule gemacht. Und die wollen sich an den Denkst der nationalen Wirtschaft stellen. Da schaut regelmäßig auf www.govjobs.lu, wo wir die Freiplätze am Wirtschaftsministerium publizieren. Bis bald hoffentlich! Bis bald! Vielen Dank.